Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Film geht es um Feststoffe. Das ist der Teil 1, Grundlegendes. Als Vorkenntnisse wäre es wünschenswert, wenn ihr bereits die Filme Aggregatzustände, Gase und Flüssigkeiten gesehen habt. Ich möchte euch in diesem Film, das ist mein Ziel, grundlegende Vorstellungen über Feststoffe vermitteln. Das Video ist in die Abschnitte Vorkommen, Kristalle, Amor für Stoffe und Modifikationen gegliedert. 1. Vorkommen Im Periodensystem die Elemente treffen wir mehr als 80 Beispiele. Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.